Wahlkarussell Die Morgenschau stellt Ihnen Kandidaten vor, die Sie sicher nicht kennen. Hallo zusammen, mein Name ist Benni Benalti. Ich kandidiere für die Liste Fussballer in die Landesbeteitigung. Ich meinte also, dass eine Armee mit 100'000 Mann zu gross ist. Vier Mann länge eigentlich für eine gute Defensive. Und ein paar Linienrichter an Grenzen stellen, wenn wir schon neutral sind. Im Übrigen meine, gegen die Deutschen haben wir eh keine Chancen. Werden Sie Fan von mir und gehen Sie mal Ereign. Stimm!